Bald ist Ostern und ich habe in jedem meiner 14 Videos einen Buchstaben versteckt und diesen solltet ihr euch unbedingt notieren, wenn ihr ihn seht. Denn insgesamt nach den 14 Videos ergibt sich ein Lösungswort und dieses solltet ihr unbedingt zuschicken, wenn ihr eines von drei DSDS Autogrammpaketen gewinnen wollt. Und jetzt aufmerksam das Video schauen. Neben mir steht Pino Severino. Hallöchen! Guten Tag, wie heißt du denn? Ich bin Jessica. Hi Jessie, freut mich. Hallo. Du bist leider rausgeflogen. Ich finde es schade. Aber wem drückst du denn jetzt die Daumen? Also ich drücke grundsätzlich allen die Daumen. Ich habe so meine Lieblinge, mit denen ich ja auch gearbeitet habe. Also besonders natürlich der Alessandro, mit dem ich ja Wrecking Ball das letzte Mal gesungen habe. Ansonsten bin ich heute im Fanbock von Anita. Ist eine sehr gute Freundin von mir geworden. Wenn auch ein bisschen chaotisch das Vibe, aber wir verstehen uns sehr gut. Ansonsten, Anita mag ich auch sehr gern. Und ich drücke bei den Wackelkandidaten Yasemin auch noch sehr die Daumen. Und wie wird denn deine musikalische Karriere weitergehen? Also wie es weitergeht, es geht auf jeden Fall in der neuen Sprache weiter. Ich arbeite bereits gerade an neuen Songs. Erstmal muss ich wieder ein bisschen abspecken, damit das Ganze auch wieder repräsentabel ist. Weil nachdem ich rausgeflogen bin, habe ich wieder ein bisschen Frust gefressen. Aber jetzt langsam fange ich mich wieder und es wird auf jeden Fall lustig werden. Cool, dann sind wir mal gespannt. Und ich wünsche dir heute viel, viel Spaß. Dankeschön, euch auch. Und dass deine Wunschkandidaten weiterkommen. Ja, mal gucken, drücken wir die Daumen. Ansonsten, Leute, bis bald. Dankeschön. Gern geschehen. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020